Wir wollen den längsten BEV-Drift der Welt ins Genusbuch, der der Weltrekord eintragen lassen. Es hat tatsächlich ja noch niemand mit einem Batteriefahrzeug so einen Versuch gestartet. Das heißt, heute geht es wirklich darum, hält das Auto, was es verspricht? Ist es wirklich das sportlichste Batteriefahrzeug? So, today Porsche is attempting to set a new Guinness World Records title for the longest vehicle drift in an electric car. Okay. I am here to verify the evidence, to witness the attempt from Guinness World Records' perspective. I also have Denise Ritzman here. She is a vehicle and drifting expert, giving me her very professional opinion. She is a very accomplished driver. She is a hyper-introsisist engineer at Dekra. I'm thepper itself with a car crash and control. I am aurezert Hadouan at Dekra. First of all, I'm an engineer at Dekra, and I can help醫 control, the safety and security of a car. As a second, I'm a two-facher Europameisterin in my life, as the best woman. And so, as an expertize here. Wir sind hier, um den Guinness-Welt-Rekord-Attempten von Dennis Ritterer aus dem Porsche Experience Center Hockenheimring zu testen. Er versucht den langen Fahrrad in einem elektrischen Auto zu testen. Gerade die Strecke hier ist extrem schwer, weil es unterschiedliche Gripverhältnisse sind. Von daher bin ich sehr gespannt, wie er das macht. Für mich! Das ist richtig! Die Fahrer ist sehr gut. So I'm using really the load chains first to the front, turn in, use a bit of power to get it sideways and then be really efficient. Even if I had a big angle I just lifted off the power bit and the car just saved me more or less. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe and share this video. Subscribe to AutoTV. Thank you. Thank you.